Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Alienwake 2 und ich würde sagen, wir warten wieder weiter mit der Story. Okay, im letzten Part haben wir dann hier aufgehört. Okay, wir müssen uns jetzt hier erstmal umschauen. Warte, da können wir rein. Warte, Falltafel, ich glaube da am Weg hat da wahrscheinlich nichts, oder? Radio. Okay, da ist noch etwas Neues beim Radio und beim Fernsehen. Warte, Falltafel, da ist aber eh was. Okay, es wird später dann. Also lassen wir es jetzt erstmal. Jetzt haben wir hier eine Shortgun, das ist schon geil. Die wollen wir hier rein. Verzeihung. Saga, Ruhe. Ach, sie ist mitten in der Vorstellung. Ob ich wohl die erste FBI-Agentin bin, die den Mund halten soll? Okay. Eingängige Melodie. Okay. Sono hier. Und ich fühle, Underground. Okay, johon du was. Musik Okay, dann haben wir das jetzt mal durchgelesen, da ist doch irgendwas Musik Wir schauen mal hier rein Ah, das ist so ein Raum hier, da können wir speichern und In das Lager rein schauen Da geht es dann glaube ich weiter Dann schauen wir erstmal, dass wir hier speichern Okay Okay, das ist zu Okay, dann sind wir jetzt glaube ich hier eigentlich fertig Weil Oder warte, wir können da noch rein Gibt es irgendwo es? Okay, was zum Mitnehmen Aber sonst nix Hier ist auch nix Dann können wir sagen, ich will hier rausgehen Aber da ist noch eine Karte Okay, wir sind hier Untersuchung Ah, Gespräch, neue Optionen Hallo Haben Sie einen Moment? Ah, lange nicht gesehen Miss Anderson Thor und Odin Sind nicht hier Die alten Gauner schleichen sich Immer davon Nein Ich wollte Sie eigentlich etwas anderes fragen Wissen Sie, ob es hier in der Nähe Wohnwagen gibt? Klar Die Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung Ilmo Koskila ist der Besitzer Er besitzt einiges in der Stadt Und wo ist Ilmo? Ich habe Ilmo und seinen Bruder bei der Brücke gesehen Naja, wo früher mal eine Brücke war Wohnen Sie in der Gegend? Ich wohne in Bright Falls Sie haben mich schon gesehen Ich bin Mr. Blum Sie haben mich Wladimir genannt Ich arbeite im Pflegeheim Ich kümmere mich um alte Menschen Wir machen einen Tagesausflug Musik, Sauna Eine schöne Zeit Ich bringe Sie mit dem Bus hierher Die Senioren sind sehr wichtig Und der Bus ist sehr schön Danke Hey, wie läuft's? Okay, mit der können wir anscheinend nicht reden Also wir müssen so einen Typen finden, glaube ich Okay Die Überflutung ist hier sogar noch schlimmer Hier steht alles unter Wasser Ich muss Casey später davon erzählen Hey, was sagtest du immer Wäre als Kind dein Traumberuf gewesen? Ich wette, es war nicht Dockarbeiter Davon verstehe ich nichts, aber Müßiggang ist aller Laster an Also Nun Wir anderen Okay Okay Schötsam Da können wir ja auch nicht rein Wo sind bloß die Zeiten hin Ich fühle mich nur noch wie ein Schatten meiner selbst Warte, was hier? Watery ist definitiv idyllisch Guten Tag Hier gibt es bestimmt guten Fisch So, du alter Knacker Was hast du denn diesmal wieder angestellt? Unendlich oft kann ich dieselben Löcher auch nicht flicken Warte, können wir da rein? Auch nicht, okay Ja, aber ich schätze mal, wir müssen einfach nur da weiter gehen Oder warte Da hier Okay, wir müssen wahrscheinlich da weiter Weil Ich schätze mal, hier können wir nicht weiter, oder? Hey, Saga Hier drüben Okay, jetzt doch was Dann gehen wir aber später nochmal zurück, wie ich sage Hey, Ilmo Wie war der Spaziergang im Wald mit Steven? Ein weiterer zufriedener Kunde Ich hoffe nur, er gibt uns eine gute Bewertung auf der Website Schön, Sie wieder in Watery zu sehen, Saga Wir haben Sie vermisst Echt schön, Sie wiederzusehen, Saga Sie tun so, als würden Sie mich seit Jahren kennen Warum nur? Kennen Sie den Kult des Baumes? Ja, wir dachten immer, es wäre nur eine Legende Kinder, die gruselige Symbole malen, um sich gegenseitig einen Schrecken einzujagen Aber jetzt wirkt die Sache ziemlich real Es ist schrecklich, was passiert ist Wir stehen alle unter Schock Wir sehen uns die Sache an Hoffentlich kehrt bald wieder Normalität ein Das ist uns wichtig So normal, wie es hier nur sein kann Ihnen gehört die Wohnwagensiedlung, oder? Darf ich mich umsehen? Äh, ja Der Besitzer der Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung, das bin ich, kann helfen Schön, dass unsere komischste Bewohnerin zurück ist Bewohnerin? Ich verstehe nicht, was Sie meinen Wenn Sie so Ihre offenen Rechnungen begleichen wollen Keine Sorge, das wurde schon erledigt Muss schwer sein, dorthin zurückzukehren, wo Sie mit Ihrer Kleinen gelebt haben Es ist, als würden Sie sich an eine andere Realität erinnern Verwirrt Sie die Horrorgeschichte? Also was ist Coffee World? Haben Sie etwa unsere Werbung dafür noch nicht gesehen? Coffee World ist eine Mischung aus Fahrgeschäften, Essen und Spaß Wir hatten bis vor kurzem sogar einen Elch Außerdem befindet sich neben der Coffee World die Werkstatt der Kalevala Knights Wir bauen gerade die Festwagen für das Hirschfest Aber sehen Sie nicht nach Die große Enthüllung erfolgt beim Hirschfest Also Ihre Werbungen Das ist mehr als nur Werbung, Saga Unser Ziel ist es, die Leute zu unterhalten und über unsere erlesenen Produkte und Dienstleistungen zu informieren Außerdem schlägt sich Jako wirklich hervorragend vor der Kamera Verpissen Sie sich Ich bin nur wegen des Freibiers hier Keine Ahnung, was Ilmos Ausrede ist Hey, ich bin Autor, Produzent, Hauptdarsteller und Regisseur Tun Sie sich einen Gefallen und schauen Sie sich alle an Ich sollte Profile erstellen Okay, dann sind wir hier nicht fertig Das war die Überflutung Okay, wir sind wirklich nicht weiter Okay, dann schauen wir es mal beim Profiling haben, würde ich jetzt sagen Oder bei der Falltafel haben wir, glaube ich, auch wieder was Neues, oder? Fakt, was ist Fiktion? Wake sagt, die Geschichte würde die Realität um uns verändern Wenn das wahr ist, muss ich wissen, was echt und was Fiktion ist Okay, dann haben wir da zwei neue Sachen Ah, ja, stimmt, ja Wir haben da hin, ja, stimmt, okay Dann kommt das erstmal wahrscheinlich da hin Okay, das war es jetzt eigentlich erstmal Dann ist da noch ein Fall Ich sollte in einer Wohnwagensiedlung einen Wohnwagen suchen Einfach denken, Saga Okay, dann sind wir hier jetzt, glaube ich, auch fertig War da auch nicht irgendwas? Okay, dann war es jetzt, glaube ich, erstmal Warte schon beim Profiling, wo ich noch einen schon Halt den Kult für eine urbane Legende Oder nicht? Manche Dinge poltern in der Nacht Es ist wahr Alles ist wahr Löse den Alarm aus, Bruder Versammle die Truppen, Bruder Jako Der Schatten im Wald kommt immer näher Sie halten ihn nicht für eine urbane Legende Sie wissen, wie gefährlich er ist Irmo meinte, ich hätte hier gelebt Glaubt ihr das wirklich? Lichtgelächter und Liebe führen dich nach Hause Saga und ihre Tochter Oh Mann Glückliche Gesichter bedeuten hohe Grundstückspreise Die Familie kommt zuerst, Irmo Wir kümmern uns inzwischen um ihren Wohnwagen Sie ist einer von uns, Jako Ihr Ersatzschlüssel ist sicher Die Koskeller-Brüder haben schöne Erinnerungen an mein Leben hier Die Geschichte muss sie beeinflussen Ich spiele vorerst mit Ich brauche den Wohnwagenschlüssel Okay, dann sind wir jetzt hier eigentlich fertig Dann würde ich sagen, wir gehen zuerst mal zu der Wohnwagensiedlung jetzt Die Familie meiner Mutter stammte aus Schweden Genauso stellte ich es mir dort vor Sieht nett aus Genießen Sie die Sauna? Und wie? Der Dampf ist wie Balsam für meine alten Gelenke Ich warte nur, bis Artie mit seiner Show fertig ist Dann gehen wir auf ein oder zwei Bier Ich hab gelesen, saunieren ist gut gegen Demenz Und Bier auch Schon mal vom Kult des Baumes gehört? Die Monster, halb Hirsch, halb Mensch? Natürlich hab ich von ihnen gehört Wegen ihnen kann ich keine Spaziergänge mehr im Wald unternehmen Wie soll ich vor so einer Kreatur entkommen? Meine Hüfte lässt das nicht zu Ich wäre so gut wie tot Ich könnte mich vielleicht mit meinen Krücken wehren Glauben Sie, das würde funktionieren? Sie sind der Profi Sie sollten vorerst lieber in der Sauna bleiben Da können wir nicht hören Es heißt, wenn einen die Sauna nicht mehr gesund macht, ist man totgeweiht Man sagt auch, dass Schweigen Gold ist Okay, aber wo genau geht's denn jetzt zu dieser Wohnwagensiedlung? Ich würde gerne meinen Wohnwagen sehen Haben Sie einen Ersatzschlüssel? Schön für Sie Ja, ich habe noch einen Er ist in der Coffee World Ich würde ihn ja besorgen, aber Jako und ich müssen nach Bright Falls Der Ersatzschlüssel ist im Safe des Souvenirladens Ich rufe an und lasse ihn für Sie herauslegen Oh, äh, die Straße ist überflutet Aber der Weg hinter mir führt direkt dorthin Okay Also müssen wir wieder zurück Den Weg dahinter habe ich gar nicht gesehen Hat das so wogen, wo ist das jetzt? Warte, sind wir hier falsch? Das können natürlich hoch sein Eine Stimme für Bürgermeister Setter ist eine Stimme für uns alle Bürgermeister Setter steht für Gerechtigkeit Das heißt, das Alter wäre bloß eine Einstellungssache Denen zeige ich, was eine Hacke ist Okay, warte ich schon mal kurz auf die Möbius Okay ok da ist es auch nicht dafür brauche ich ein werkzeug ok da kommst du nicht rein der wird mir wahrscheinlich nichts bringen der ja auch nicht hat auch noch nicht gesehen von wo ist dieser laune ich checkte sie wirklich ja ich schätze wollen müssen wir erstmal hier wollte ich glaube aber nicht oder doch da ist es erst ach scheiße ok ok dann kommen wir hier nach oben und da müssen wir da rüber wahrscheinlich und dann halt hier runter ok da ist coffee world ich muss den fluss überqueren ich dachte das ist da hinten irgendwo ok ok ich würde trotzdem erstmal die pistole raus weil ich würde ich würde die shotgun munition so gut wie möglich sparen was war das was war das ok jetzt ist glaube ich langsam dunkel oder oder da kommt es mir doch dunkle vorwärme wo ist denn der jetzt wo ist denn der jetzt da hinten 2 2 2 2 noch Scheiß bin ich tot, Mann. Ehrlich, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, okay. Ist das der Kult? Oder die Geschichte? Oder beides? So, der ist fast vollgehaltet. Okay, wir haben noch die Schmerzmittel hier, die stellen ja ein bisschen weniger her. Dann haue ich die mal einfach da oben hin. Ich glaube ich, das fucking kommt da oben hin. Popantank. Wurfbarer Gasbehälter. Das wäre eigentlich ganz gut gegangen. Also zu verwenden halt. Eigentlich wäre die Shotguns bei denen ganz gut gewesen. Okay, dreimal Schmerzen mit Larmwitz. Okay, wir könnten hier nach oben oder wir gehen da weiter. Schmerzmittel auf die Map. Okay, der kommt dann, also da müsste dann mit einer Sackgasse kommen. Noch ein Reim. Also ist das nicht wieder so ein Rätsel hier oder so? Oder irgendwas hinlegen oder so? Warte nochmal kurz. Ich würde sagen, die Elchpuppe kommt einfach mal dahin. Ich würde sagen, ich habe das seltsame Gefühl, dass sich was verändert hat. Okay. Warte, war das schon vorhin da? Okay. Okay, das passt ja so, oder? Jetzt kann ich ja auch nicht mehr hin. Also das war anscheinend richtig jetzt. Boah, okay, das war vorher noch nicht da. Also gut. Noch ein Talisman für mein Armband. Okay, jetzt haben wir einen Talisman bekommen. Kaffeetasse Talisman. Rette dich vor dem Tod, wird dabei zerstört. Achso, das kann ich ja... Achso, wir haben ja jetzt, war ein Talisman auch. Die hat die maximal gesundet und... Angeflossen für eine häufige Tormeln. Dann... Den dritten Platz haben wir eh auch noch, dann kommt er auch mal dahin. Also einmal könnten wir sogar... Also nicht wiederbelegt werden, aber einmal würden wir das halt überleben. Okay, da... Warte mal, wir sind von da gekommen. Dann müssen wir... Warte, da wird es auch weitergehen. Ah, falsche Tastisch wieder. Das ist eigentlich die falsche Seite vom Tatschbett. Ja, wir müssen da weiter. Und sonst... Der wird der Weg eigentlich nur... Da herumführen, aber dann wird er glaube ich auch da weiterkommen. Ich gehe trotzdem jetzt aber mal da nach hinten. Ich gehe trotzdem jetzt aber mal da nach hinten. Ich gehe trotzdem jetzt aber mal da nach hinten. Aber dann wird er. Da ist die falsche Seite.